Okay, geht ja doch weiter. Na gut, dann nehme ich euch mal weiter mit. Ja, in die Sonne. Ich laufe hier so eine Runde und ja, wie gesagt, ist ein bisschen doof ohne Hund, aber es geht auch ohne. So, das hier, das sind eigentlich Blaubeeren im Sommer. Das sind jetzt auch welche, da sind nur keine dran. Hier ist ein riesiges Blaubeerfeld. Es ist so wunderschön, diese Stille. Ich mag diese Stille. Ich fahre mal raus in die Natur und suche mir die Stille und irgendwo findet man sie auch. Was soll ich sagen? Einfach fantastisch. Die Sonne hat eine irrsinnige Kraft. Hat sie wirklich. Es ist, deswegen habe ich auch keine Mütze auf. Es ist windstill. Es ist wunderschön. Jetzt fehlt mir zu meinem Glück nur noch ein Labi. Ein Labrador, der jetzt durch den Schnee tollt. Aber irgendwann, irgendwann, ich sage es euch, irgendwann habe ich wieder eine süße Hundedame. Das habe ich mir fest vorgenommen. Also ein Leben ohne Hund ist doch ziemlich doof. Man kann sich da sehr dran gewöhnen, an einen so lieben Gefährten. Naja, all diejenigen, die Hund, Katze oder was auch immer haben, wissen wovon ich spreche. So Haustiere machen doch das Leben irgendwie so komplett. Die runden das so ab. Also und was ich eben sehr vermisse, weil ich bin gerne in der Natur und renne jetzt immer alleine wie so ein Waldschrad durch die Gegend. Und also, dass ich so ein vierbeiniges Wesen selber neben mir herläuft, das ist dann schon schöner. So, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wie der Schnee, wie ich laufe jetzt so ein paar Runden hier. Und das ist einfach mal so ein Video. Ich werde noch vielleicht ein anderes Schlussbild nehmen mit so verschneiten Tanten, aber da muss ich erst hinlaufen. Und das ist jetzt einfach mal so ein kleines Winter Impression, so ein Video. So, ne, Deutschland ist spitze. Wie schön das auch hier sein kann im Schnee. Und das schieße ich jetzt einfach mal so neben meinen üblichen Zeiten hoch. Aber ich mache noch ein, ich mache noch ein Abschlussbild. Ich hatte da, ich habe da sowas im Auge mit so verschneiten fetten Tannen. Bis gleich. So, ich stelle mich jetzt nochmal wie ein Schneehase für euch ins Abschlussbild. So, ich drehe mich mal. So, ich, wie gesagt, das ist nochmal das Schlussbild von der Winter Impression am heutigen Donnerstag. Wie viel ist heute? Der 8 oder sowas? Februar 2018. Es ist, es war ein total, also das war wie so ein kleiner Kurzurlaub. Dieser Rock durch den Schnee. Und ja, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid gesund. Und ich grüße euch bis bald. Ciao.